Hi, herzlich willkommen zu einem neuen Video. So hast du zukünftig als Networker immer einen vollen Termin-Galender. Wenn dich das interessiert, wie du das anstellst, ja, dann bleib mit dabei. Bei uns in den Gesprächen, wenn wir mit potenziellen Kunden sprechen, ist es immer folgendermaßen, wir fragen immer ab, was machst du bisher, wie arbeitest du bisher, wie viel Zeit investierst du? Und zum einen wird zu wenig Zeit investiert, das heißt, wenn du nebenbei das ganze Geschäft machst, dann solltest du mindestens 10 bis 15 Stunden investieren können. Ja, ansonsten ist es einfach ein Hobby. Dann würde ich dir auch raten, dann lass es einfach bleiben, wenn du zu wenig Zeit hast und zu wenig Zeit investieren kannst. Das ist zwar hart, aber es ist einfach die Wahrheit. Ansonsten siehst du keine guten Resultate. Vor allen Dingen, wenn du raus möchtest aus deinem bisherigen Leben, dann gibt es auch keine Diskussion. Da musst du was dafür tun und du musst dich weiterentwickeln. Du musst dir das abholen, was dir zusteht. Und wenn du zu wenig Zeit investieren kannst, macht es keinen Sinn. So, das heißt, zum einen erstmal genügend Zeit investieren. Step 2, du brauchst eine richtige Routine. Bei uns in den Gesprächen kommt meist raus, dass viele Networker so ein bisschen verstreut sind. In dem, was sie machen, ich probiere da mal ein bisschen was, dann probiere ich da mal ein bisschen was und dann tue ich mein Team unterstützen und dann gucke ich mir Zoom-Calls an und dann mache ich dralala und dann tue ich Weiterbildung machen, indem ich ein Buch lese. Aber sie machen nicht das, was sie tatsächlich sollten, nämlich Termine. Termine ausmachen, Termine durchführen. Weil das bringt dir letzten Endes Einkommen. Und letzten Endes willst du es, oder genau deswegen machst du es ja auch. Und was du zukünftig machst, dass du das auch für dich leichter mit einbindest in deinen Alltag. Zum einen macht er eine Routine. Ich nenne ein Beispiel noch aus meiner früheren Zeit. Als ich damals angestellt war und nebenbei angefangen habe, im Direktvertrieb Staubsauger zu verkaufen, war das immer folgendermaßen. Ich habe von 8 bis 17 Uhr gearbeitet und ab 17 Uhr, da ging das Geldverdienend los. Und das habe ich immer fest eingeplant. Da gab es keine Diskussion. Da habe ich nur das gemacht, nur das, nichts anderes. Das heißt, ich habe Termine gemacht, Termine durchgeführt, also Präsentationen durchgeführt. Wenn ich keine Termine hatte, dann habe ich dafür gesorgt, dass ich wieder Termine habe für die nächsten Tage. Und diese Routine, die brauchst du, die musst du dir machen. Und weil ansonsten wird es so ein bisschen unverbindlich. Und ja, das schleicht sich dann so ein. Und du denkst, ich mache eigentlich so viel, aber es kommt nichts raus. Ja, es kommt nichts raus, weil du nicht genügend Termine hast. Und wenn du dich aber nur auf das fokussierst, was du solltest, das heißt Termine heranholen, und dann im Nachhinein Termine durchführen, dann funktioniert das auch. Egal, ob du schon am Anfang perfekt bist von der Umsetzung oder nicht, weil die Routine brauchst du so oder so. Dann unter Termine heranholen oder beziehungsweise um Gesprächspartner heranzuholen. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen sensibel. Weil der angenehmere Weg ist es ja. Also ich poste ein bisschen was. Ich poste mal jeden Tag und hoffe, dass dann was passiert. Und du stellst fest, es passiert gar nichts. Am Anfang mit dem Neustart aus deinem Network und du postest, ja, dann gibt es Leute, die sind dann am Anfang ein bisschen neugierig. Ja, die gucken, Mensch, was machst du? Die sind vielleicht auch offen, den einen oder anderen oder die eine oder andere verhaftest du dann vielleicht auch oder gewinnst für dein Team. Aber im Großteil nicht. So, und dann postest du jeden Tag und überlegst dir stundenlang, ja, auf, Mensch, was könnte ich denn heute wieder Intelligentes posten und Tolles posten, dass die Leute darauf antworten. Und ich sage dir, niemand antwortet darauf. Da kannst du lange warten. Und damit schmeißt du deine Zeit nur aus dem Fenster. Und das, was du arbeitest, dafür interessiert sich kein Mensch. Sondern was die Menschen draußen interessiert, sind die Früchte, die du hast. Das ist das Einzige, ja. Ich sage es jetzt mal überspitzt. Die Gesellschaft ist in der breiten Masse sehr einfach gestrickt, ja. Das heißt, wenn du gewisse Früchte hast, wenn du ein gutes Auto fährst, zehn Rolex-Ohren am Handgelenk hast, ständig nur im Urlaub bist und einfach, ja, diesen Lifestyle hast, den sie haben wollen, dann kommen sie zu dir in Scharen, wenn du das postest. Aber nur dann. Und dann ist es auch völlig egal, was du für ein Business machst, weil sie wollen einfach die gleichen Früchte haben. Und wenn du das nicht hast, dann ist es einfach nicht interessant. Und wenn du das fakest, glaub mir, die Leute draußen sind auch nicht dumm, die merken das, wenn du was fakest und wenn du einfach nicht die Person bist, die du vorzugeben zu sein scheinst. Deswegen rate ich dir, verzichte auf das Posten, sondern geh die Leute über Social Media direkt an. Bau dir am Anfang erstmal ein Profil auf, was nach außen hin unscheinbar aussieht. Ja, das heißt, dein Profil hat letzten Endes nur einen Sinn und Zweck. Wenn du Menschen kontaktierst, die Person muss sehen, dass du am Leben bist, ja, also dich gibt es wirklich, du bist eine reale Person, du bist vertrauenswürdig und sympathisch. Und das war's und keine Aneckpunkte, ja, wo sich jemand bei dir dran stören kann. Da dürfen keine Network-Sachen mit drin sein, weil, sehen die Leute, dass du im Network mit drin bist, machen sie was? Ja, du wirst in eine gewisse Schublade geschoben, wo du nicht rein möchtest. Und wenn du mit den Leuten so schreibst, dann hast du einfach keine Kontrolle. Weil dein Gegenüber kann jederzeit aufhören, mit dir zu schreiben oder dich zu blockieren und fertig. Das ist nichts. Das heißt, nach außen hin unscheinbar. Als zweiter Tipp, wenn du die Leute direkt kontaktierst, komm direkt auf den Punkt. Schreib die Leute direkt aufs Geschäft an. Aber nicht Network, dass du im Network bist. Das würde ich nicht machen, weil der Grund ist auch klar. Die Leute haben einfach oftmals ein scheiß Mindset. Entschuldigung, wenn ich es so direkt sage. Ja, haben einfach Vorurteile. Ich kann mich noch gut daran erinnern, da war ich so sechs, sieben Jahre alt. Da kam ein Freund von meinem Vater zu uns nach Hause. Der hat damals Herbalife gemacht. Da gab es noch diese Aufkleber. Ja, I love Herbalife. Und da war der dann da, hat mein Vater dieses Geschäft erklärt. Ja, und dann ging der wieder. Und dann hat mein Vater gesagt, oh, bei dem musst du jetzt aufpassen. Ja, der ist in der Sekte drin. So sind sie doch. So sind doch die Leute draußen. Und das umgehen wir einfach. Dem brauchst du dich auch gar nicht stellen. Sondern du schreibst die Leute direkt aufs Geschäft an. Aber tust du ein bisschen allgemeiner, formeller formulieren. Oder genereller formulieren. Und mach dann für dich direkt auf den Punkt aus. Oder direkt auf den Punkt einen Termin aus. Verschick auch bitte keine Präsentation. Ja, sag du, pass auf, ich schicke dir mal was zu. Und fertig aus. Damit gibst du einfach die Verantwortung ab. Wenn du sagst, pass auf, ich schicke dir was zu. Mach einfach mal. Ja. Dann drückst du dich im Klartext vor der Tatsache, dass du diese Person für dich gewinnen musst. Sondern du hoffst insgeheim in dir drin, dass du oder beziehungsweise, dass das Video dann für dich die Person gewinnt. Aber das Video muss schon sehr gut sein. Und oftmals sind die Videos draußen einfach nicht gut. Diese Präsentationsvideos. Ich weiß, das ist vielleicht wieder ein Tabubruch. Aber es ist einfach Fakt. Wenn du so nach der Methode arbeitest und sich niemand oder so gut wie niemand nach dem Video, was du verschickst oder nach der Präsentation bei dir meldet, beziehungsweise dich dann abspeist, dann ist es für dich ein klarer Indikator, dass du die Gespräche selber führen sollst. Und dazu würde ich dir auch raten. Das heißt, zum einen hast du jetzt deine Zeit jetzt effektiv einsetzen. Du tust die Leute kontaktieren und dann sprichst du selbst mit den Leuten. Mach ein Einzelgespräch am Anfang. Später, wenn du Leute hast oder wenn du Leute hast, die gut sind, dann kannst du dafür sorgen, dass du dann die Leute so für dich ausbildest, dass sie dir zuarbeiten. Das heißt, dass diese Personen dann für dich die Nummern ziehen, kurzes Erstgespräch führen, Vorqualifizierungsgespräch, aber dann gleich für dich terminieren, dass du dir im Nachhinein Sponsorgespräch machst und den Deckel drauf. So, wenn du auf diese Art und Weise arbeitest und das konsequent, dich nur auf das fokussierst, was dir auch wirklich Einkommen bringt und nichts anderes machst, ich schwöre dir, wenn du das im Nachhinein auch noch die gewissen Dinge richtig machst, ein gutes Sponsorgespräch machst, wirst du immer einen vollen Terminkalender haben und wirst Leute einschreiben, einer nach dem anderen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann darfst du gerne ein Däumchen nach oben geben. Ansonsten, wenn du Hilfe brauchst in deinem Networkgeschäft, dann lade ich dich recht herzlich ein zu einem Strategiegespräch, trage dich da gerne mit ein. Den Link findest du entweder über oder unter den Videos, kommt drauf an, wo du das Video siehst. Ja, und in diesem Sinne sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Bis dahin.